Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play, Endling, Extinction is Forever. Im letzten Part haben wir noch hochspringen gelernt mit unseren Welpen. So, jetzt nach Hause, gebe ich mal die Nacht eine, ja. Jetzt dachte ich gerade kurz, es tut sich nichts. Oh. Warte mal, ich schau mal kurz erst mal auf die Karte und da ist wieder der... Der Typ hier ist wieder da. Was haben wir denn hier? Oh je. Irgendwie sage ich auch immer nur, oh je, wenn ich mitbekomme, wo der Welpe... Was der Welpe so alles mitgemacht hat. Ah, da. Ist gar nicht gesehen gerade. Oh. Oh. Das Schiff... Das Boot ist abgestürzt. Oh shit, Mensch. Oh fuck. Okay. Gut. Da vorne ist die letzte. Was haben wir hier? Das scheint das Schiff zu sein, oder? Wie sieht's denn hier aus? Was haben wir jetzt gerade? Hier unten. Okay. Ich wollte sowieso in die Richtung laufen. Also wir haben leider auch nicht mehr allzu... viel... Zeit, weil bis zu Nacht 30 haben wir ja Zeit. Bis zu Nacht 30 haben wir ja Zeit. Ich weiß nicht, ob danach gleich Schluss ist, oder was genau danach los ist. Aber wir haben noch ein bisschen was auf jeden Fall zu tun. Warte, ich mal eine andere Seite. So, ein bisschen mehr Futter haben wir wieder. Okay. Warte mal. Warte mal. Da unten ist gleich ein Fragezeichen. Das könnte wieder so eine Markierungsstelle sein. Ja. Wieder so ein Markierungsding. Wichtig. Da passiert uns nichts. So. Okay. Dann gehen wir... Ich will eigentlich wirklich mal das mit der... mit der Fabrik da oben haben. Endlich mal. So. Und dann sind wir hier auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt heute auch endlich mal hin. Bin ich ganz ehrlich, weil langsam triggert es mich extrem. Geben. Dass ich das bis jetzt einfach nie hinbekommen habe. So. Ich muss weiter. Ich weiß aber nichts, was genau... Ich gehe mal weiter. Das rote Fragezeichen macht mich gerade ein bisschen nervös, wenn ich ehrlich sein soll. Upsa. Du musst ja hoch. Richtig? Nein, muss ich nicht. Das meine ich jedes Mal aufs Neue falsch. Okay. Der Mensch, der wollte mir nichts Böses. Der hat mich gerade nur weggejagt. Wegjagen ist nicht gleich böse. Aber wir gehen trotzdem mal hier weiter. Gehen wir einfach mal nach unten. Die Nacht ist schon wieder fast rum an. Die Nächte sind einfach zu kurz. Bleib dabei. Ich habe nochmal was zu futtern. Irgendwo. Ne, warte mal. Ah ok, da ist der Typ wieder unten. Ach stimmt. Also ich wäre theoretisch wäre ich hier auch gar nicht mal so falsch. Und das Ding ist halt nur, dass einer meiner Welpen nicht hochkommt. Das ist natürlich belastend. Ich gehe jetzt hier auch mal hoch. Ja gut, Essen ist auf der anderen Seite egal. So, ich laufe jetzt hier einfach mal geradeaus weiter. Ist das was? Ah. Ah. Man, I hate it. Ah. Man, I hate it. Ich weiß, du wissen. Fuck. Der Weg ist versperrt. Okay. Da kommen wir nicht so schnell lang, wie es aussieht. Also ich trau mich jetzt einfach nur nicht. Ja. Gibt es bestimmt irgendwo einen anderen Weg auch nochmal nach oben. Hier hoch zum Beispiel. So, war der Karten mäßig. Theoretisch werden wir halt gar nicht so verkehrt. Jetzt wäre hier auch niemand mehr gerade ab. Ah. Es ist halt. Ah. Fuck. Egal. Ich laufe jetzt erst mal nach Hause. Es ist schon viel zu spät. Okay. Und das ist von Rotem. Aber der ist noch weit weg, wie es aussieht. So, wir können jetzt hier einfach den Weg weiter gerade. Wir können nicht den Weg weiter gerade auslaufen. Fuck. Mann. Lass dann kommen meine Kinder hier hoch. Das ist aber leider eine Sackgasse, ne? Also ich selber komme hier hoch. Und eins meiner Welpen auch. Aber das war's. Fuck. Warum blockieren die auch immer all die ganzen Wege, Mann? Sind beide da? Ja, okay. Ja, okay. Okay. Der Typ ist weggerannt. Okay. Es sieht mal gut aus. Ich kann hier nur noch mal kurz was zu füttern mitnehmen. Wenn's auch nicht viel ist, aber ein bisschen was zumindest. Nächste Nacht hoffe ich einfach mal, dass Molly da ist. Wäre nämlich tatsächlich sehr praktisch. Okay. Gott. Viel zu spät ist nach Hause gekommen, aber naja. Ja, ich weiß, mit den DAX-Tunneln kann ich schnell reisen. Das bringt mich bloß nicht wirklich weiter gerade, weil nirgends hier in der Nähe ein DAX-Tunnel ist. Okay. Der Weg da oben ist halt leider versperrt. Das ist halt echt belastend. So, warte. Molly ist nicht da, ne? Ne. Okay. Okay, warum nicht? Ah, okay. Wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Sehr gut. App, papp, 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 papp. Werbenfähigkeit, sehr wichtig. Und können die zwei nämlich gerade mal wieder ein Ei futtern. Das ist halt gerade echt wichtig. Gut. Dann sind wir jetzt hier endlich mal da, wo ich die ganze Zeit nicht weiterkomme. Zumindest nicht rechtzeitig weiterkommen. Ich hab da nämlich grad nen Typ gesehen. So, und wir müssen geradeaus weiter. Okay, jetzt sind wir in einem neuen Gebiet. Theoretisch müssten wir da lang. Ich hoffe, der Typ dreht da gleich wieder um und kommt nicht wieder hierher. Das ist jetzt belastend. Dreh bitte einfach um. Mann, oh. Warum jetzt? Ah, dann laufen wir halt außen rum. Okay. Jetzt hier hoch. Und andere Seite. Da lang. Dann sind wir falsch rum. Ich muss da lang. Ich kenn mich hier in der Fabrik ja leider nicht aus. Ich bin sehr selten in einer. Ach, Gott sei Dank, Nahrung. Das ist doch. Das ist nochmal was. So, ich hab jetzt schon mehr als genug Glück gehabt mit dem Teil. So. Eigentlich müsste ich hier runter. Aber hier geht's nicht mehr runter. Ah. Okay. Hä? Hä? Na gut. Dann hoffe ich, dass der Typ da gleich weg ist dann. Bitte lauf einfach weiter. Oh, Grandson is already dead. Das ist natürlich hart. Ich lauf auch grad in die komplett falsche Richtung, ne? Gut, dass ich so früh immer auf die Karte guck, wenn irgendwas ist. Hä? Ne, warte. Ich muss da... Da runter? Ja. Okay. Dann da runter und dann andere Richtung. Stimmt, ich hab das mir vorhin ein Typ entgegengekommen, der mich weggejagt hat. Genau der Typ hier. Ich hab ein bisschen Glück, da läuft jetzt nämlich genau die Richtung, wo ich auch lang muss. Nächste Abzeugung müsste ich lang. Da muss der Typ auch leider auch lang. Es gibt keine Möglichkeit wegzukommen, gerade. Der Typ darf gerne ruhig weiterlaufen, also wieder die andere Richtung, da hätte ich kein Problem mit. Ich hoffe, das läuft jetzt nicht in meine Richtung, das wär jetzt dann richtig Mobbing vom Feinsten. Du willst mich doch verarschen, Spiel! Der Typ will mich echt verarschen, ne? Der will mich echt verarschen, Alter. Ich weiß es nur nicht, ob der... Ja, ist ja gut. Mann! Ich will doch nur an dir vorbei, Alter. Aber er lässt mich ja nicht! Mann! Das war jetzt so unnötig schon wieder! Meine Fresse, echt! Ey, ich hab einfach kein Glück da hinten. Ich warte jetzt hier in der Hoffnung, dass der Typ da relativ schnell einfach wieder geht. ich glaube er läuft nicht weiter läuft habe ich nicht bis hierhin natürlich läuft er jetzt bitte drehe einfach um danke es muss für die anderen angestellten eigentlich so witzig aussehen gerade aber das ist mir jetzt einfach so was von scheiß egal der typ läuft jetzt hoffentlich geradeaus nicht geradeaus der macht nicht das was ich gerne das ist wahnsinn der typ lässt mich nicht durch ich will doch nur dahinten dieses fragezeichen das ausrufezeichen fragezeichen ich will nur dieses ereignis endlich mal ja ich weiß es ist spät und so und ihr habt hunger und wenn ihr jetzt noch mal hier lang läuft ich schwöre ich lauf dann auf die brücke ja also ich habe einfach extremstes pech gehabt so und jetzt aber schnell darüber zum ereignis damit ich hier wegkomme okay gibt wenigstens futter gibt es noch mehr zu futtern keine ahnung ich habe jetzt keine ahnung was das hier für ein ereignis war hab jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden das war jetzt weniger erfolgreich hat sich was als ich eigentlich wollte aber egal ich habe jetzt endlich mal dieses beschissene ereignis dahinten und wir können endlich nach hause oh shit ich glaube da war es klüger wenn ich anders rumlaufen würde zu meinem allerörsten weil ich habe jetzt keine ahnung was passiert wenn ich da von diesen lichtern erblickt werde so einfach schlafen gehen okay das war eine sehr stürmische nacht äh eine sehr interessante nacht stürmisch war es jetzt nicht unbedingt aber ja ich habe es mir schon gedacht aber wenigstens haben wir keinen hunger mehr eine karte ausweiterung natürlich wieder richtung kind und oder ich bin ich bin ich bin ich bin Ich bleib dabei, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich in diesen Lichtstrahl reinkomme. Wahrscheinlich schießt er hin eh dann. Ah, das passiert dann. Okay. Gut, dass die Nacht Kados begonnen hat. Ja, ein weiterer unnötiger Game Over. Ist okay, hab schon verstanden. Gut, auch diese Kampfhunde sind aber auch mies. Die sind viel schneller und deutlich aggressiver und besser in so ziemlich allem. Ich meine, ich kann doch nicht mal kämpfen. Da fängt es ja schon mal an. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall runter zum Dachstunnel. Ich weiß zufällig, dass es da auch nochmal eine Sache gibt bei den Dachsen. Oh, warte mal, ich muss mich sogar falsch. Ich muss da lang. Da will ich rein. Allerdings ist es an einer Klippe. Oh, es gab sogar Nahrung. Sehr schön. Ähm. Warte mal. Da will ich gar nicht rein. Ah, okay, also es gibt immer nur eine Einwegverbindung quasi. Ja, okay. Gut, dann laufen wir mal da lang. Wahrscheinlich wird da hinten noch der Weg versperrt sein, denke ich mal. Da ist der Weg offen. Ich komme zumindest mal da lang. Also Nahrung brauchen wir jetzt wirklich gerade nicht. Da sieht es ausnahmsweise sehr gut aus. Wir müssen da hoch. Immer nochmal zumindest so ein bisschen aufpassen. Man weiß ja nicht, wo sich Menschen rumtreiben. Und vor allem, was für Menschen sich wo rumtreiben. Äh, dann muss ich... Lässt du mein Kind in Ruhe. Puh. Na komm. Boah, ich habe die Eule gar nicht gesehen. Kuschel mit einem verängstigten Welpen. Okay, das hat sogar tatsächlich einen Erfolg gegeben. Ah, da ist es sogar. Was ich brauche. Boah, das hat so echt Glück. Oh, Molly hat was getrunken. Ja, okay. Während sie das Welpen getragen hat. Boah, zum Glück muss ich nicht wieder da her. Aber ist es schon wieder in der Fabrik? Hätte ich das gewusst, ne? Äh. Warte mal, hier war aber vorher kein Wasser. Ist das, weil es hier gerade regnet? Okay. Das Wasser war wohl nicht so gut, wie es aussieht. Ja, gut, okay. Wenn es Flusswasser war, dann denke ich mir das sogar. Ah, hier hinten ist das Letzte. Oha. Da ist sie krank geworden. Und der Vater hat sich natürlich um sie gekümmert. Denn ja, der Plünderer ist sehr wahrscheinlich zumindest Mollys Vater. Ne, doch ja. Damit fehlt uns nur noch ein einziges Teil und das bringt uns eventuell sogar zu unserem Ja, das muss da noch rum. Zu unserem Welpen. Allerdings habe ich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Oh, ne. Auskriegen, jetzt kommt so ein Typ. Ja, okay. Wir müssen in die gleiche Richtung. Oh je. Da kann man gleich die Welpenfähigkeit nutzen. Hallo. Bitte einmal Welpenfähigkeit. Das hat fast gut funktioniert mit der Animation. Die war fast richtig. Oh, das hat richtig gut getan, diese Burger. Okay. 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 Warte, gibt es davon nochmal eine Abzwelle oder sowas. Ja. Das ist aber sowieso in die andere Richtung. Da ist sogar nochmal ein Fragezeichen. Sehr gut. Ach, zum Markieren. Gut. Okay. Dann kann man die Nacht eigentlich relativ schnell auch beenden im Vergleich. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, beenden wir nicht. Ah, okay. Jetzt habe ich gerade gedacht, aber schon ich hätte meinen Welpen gerade noch irgendeine Welpenfähigkeit einsetzen können. Aber gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Part und im nächsten Part geht es wahrscheinlich dann zum Finale. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Einen Welpen haben wir schon verloren. Noch ist die Möglichkeit für unser zweites Welpen da. Für unser zweites verlorenes Schäfchen. Aber ja. Gucken wir einfach mal. Und ich bedanke mir auf jeden Fall an der Stelle fürs dabei gewesen sein, fürs Zuschauen und nächsten Kommentare. Und bis zum nächsten Part. Oder auch nicht. Bye. Bis zum nächsten Mal.